So, da hinten ist der Flugzeugträger, da komme ich aber nicht ran. Was haben wir denn hier? Ein schönes großer Kurfürst. Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Was hat er denn noch ziemlich voll? Okay. Okay. Nummer eins. Nummer zwei. So, die dritten lasse ich noch mal drin. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, sehr gut. Ja, passt. Der ist weg. Zu spät. So. Thundera als nächstes. Ja, so macht es Spaß. So. Wie viel hat die? Na, ich glaube fünf Jobs werden nicht reichen. Ja, die kommen auch sehr gut. Oh ja, volle Breitseite. Ich bin aufgedeckt. Okay, da ist schon wieder. Zerstörer. Schwierig. Gut, da hilft nur eins. Top-up mit den Torpedos in den Nebel. Und auf Glückstreffer hoffen. Mhm. Bewegungsweise ganz am Kartenrand entlang. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da hinten kommt schon noch einer. Mhm. Und da kommen auch ein paar Torpedos zurück. Ja, genau. Oh. Nein! Boah, habe ich Glück gehabt. Du, äh, Donatus. Ja! Versuch zu überleben. Hast du das gerade gesehen? Ja. Ja, ich habe jeden Gleister. So, jetzt wird's so... So. Und rüber zur Yamato. Irgendwie heute leichtes Spiel. Überhaupt keine anderen Schiffe oder Zerstörer. Jau. Die kommen auch gut. Ja, das war's. Das war's. Da kann ich schon mal eindrehen. So, rum. Perfekt bei der Torpedos. Ach, jetzt scheiß drauf, ich mache ich Kamikaze. So wird das nix. Wieso? Ich bin's noch drinnen, dann siehst du's. Ach, weißt du, Kamikaze ist manchmal richtig geil. Also, mir gefällt Kamikaze. Ich finde den kleinen Schiffchen cool, du kannst halt auch einfach mal drauf losballern. Mal testen, ob's funktioniert oder sowas. Pansai! Genau! Kamikaze. 3,2. Drei. Und jetzt auf zwei Kilometer. Und weg. Tschüss. Das Ding kann der Torpedos werfen! Scheiße, es war ne Kneißen auch. Ja, gut. Ja, man soll natürlich vorher mal gucken, was das für ein Schiff ist. Was man im Nahkampf bekämpft. Gut. Yamato nehm ich jetzt im Nahkampf. Und Boost. Maschinenboost aktiviert. Dadadadadadada Dadadadada Ja, sehr gut. Bansai! Zack. So. Hoppla. Klein und los. Bäm. Und Bäm. Oh. Oh. Oh nein. Ah. Was ist das? Die Demo hat es. Nein. 22 Torprepper. Gut. Beziehungsweise die schnellen kreisen unsere Dicken von hinten ein. Die Demo hat es. Das war's, glaube ich. Ja. Da hinten ist noch ein kleiner. Ja. Weil lass erst mal... Gegen die Wispie will ich nicht. Ich schwenke Richtung Schlachtschiffe ab. So. Erstmal die blöden Flugzeuge über uns abschießen. Hab die Flak erstmal angemacht. Flak aus. Britannien. Oder lass es zum C fahren. Vorsicht, Torps. Lass den C fahren. Ja. Ja, ja, ja. Aber da ist ein Schlachtschiff direkt rechts von uns. Oh, kack. Ich bin zu nah. Da ist nicht nur eins, da sind zwei Donatos. Und Zerstörer. Ich bin wieder unsichtbar. Oh. So, wieder unsichtbar. Wir verlieren eins und zwei Schlachtschiffe. Ah, ja. Ach du Scheiße. Die Hawkins hat gefressen. Ja, die ist weg. Und die Kaiser ist auch nicht weit weg. Vom Ende. Ja, die Kur B ist weg durch meine Torps. Die liegen gut. Die liegen richtig gut. Auf Grund fahren? Scheiße. Schatz, du hast mit dem Arsch die Insel mitgenommen. Aber deine Tops haben bei der Britannien gut gelegen. Ja. Die Britannien hat noch 10.000. Unsere König schießt gleich drauf. Ich fahr jetzt nah ran. Ich mach jetzt einen Fangschuss jetzt. Oh. Weg. Okay. Ja, hat sich erledigt. Ich punker mich mal hier so mit dem Zerstörer ein. Ja, ich gehe in. Aber hier war doch noch ein Zerstörer gewesen. Einer ist, da hakt gerade unsere Kaiser. Nein, da unten ist der Zweite. Da unten ist der Zweite. Okay. Ja. Park mich mal ganz kurz hier. Ja, dann ballern wir mal drauf auf die. So, komm, wir machen mal ein Torpedo-Duell. So, mein Lunge. Wer hat die besten Nerven? Maschinen-Boost aktiviert. Netter Trick. Ah. Ha, 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 ha. Nicht mit mir, mein Lieber. Das habe ich vorher gesehen. Nice. Ja. Ah, jetzt muss man das Team bewegen.